Auf mein Video zu den Terrorismusvorwürfen an die Spaziergänger seitens des Innenministers von Thüringen habe ich eine Frage bekommen, die völlig berechtigt und interessant ist, nämlich wieso sich denn der Eindruck aufdrängt, dass die Polizei bei den Versammlungen gegen den Krieg in der Ukraine offenbar anders auftritt, weniger eskalierend auftritt, als das bei den Corona-Protesten zum Beispiel gegen eine Impfpflicht im Pflegebereich ist. Völlig berechtigt, diese Frage zu stellen und das nehme ich zum Anlass. Ich habe eine kleine Anfrage vorbereitet. Ich werde diese Frage, nämlich in dem Falle, warum sich der Eindruck aufdrängt, dass die Versammlungen unterschiedlich behandelt werden, ich werde diese Frage morgen im Landtag einreichen und werde den Thüringer Innenminister dazu befragen. Warum ich das jetzt hier als Antwort bringe? Wenn ihr Fragen habt, die sich in der Form in dem parlamentarischen Bereich bringen lassen, stellt sie, schreibt sie in die Kommentare. Wenn es mir möglich ist, sie zu stellen, werde ich diese übernehmen und werde auch die entsprechenden Anfragen stellen. Muss man aber dazu sagen, das geht nur für den Thüringer Bereich, das heißt, ich kann nur die Thüringer Landesregierung anfragen und die sind verpflichtet, innerhalb von sechs Wochen zu antworten. Vielen Dank. Vielen Dank.